Willkommen zu den Sunnyheat Video Tutorials. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie ein Heizprogramm erstellen. Bevor wir doch mit dem eigentlichen Tutorial beginnen, möchte ich Ihnen ein paar grundsätzliche Bedienelemente des ISTC vorstellen. Mit einem gleichzeitigen Druck auf die zweite und dritte Taste gelangen Sie in eine Menüebene oder in ein Menü. Drücken Sie die zweite Taste, wechseln Sie von Menü zu Menü oder innerhalb eines Menüs zwischen den Menüoptionen. Die Pfeiltasten nutzen Sie, wenn Sie Werte verändern möchten und mit der ersten Taste gelangen Sie immer eine Menüebene zurück. Nun können wir mit der Einstellung eines Heizprogramms beginnen. Nehmen wir einmal an, wir möchten ab 6.30 Uhr 23 Grad und ab 9 Uhr nur noch 21,5 Grad. Mit diesen Werten konfigurieren wir uns nun ein Heizprogramm. Drücken Sie als erstes bitte die zweite und dritte Taste gleichzeitig. Sie gelangen nun eine Ebene tiefer auf die Ansichtsebene. Wir müssen noch eine Ebene tiefer auf die Einstellebene. Darum drücken Sie bitte erneut die zweite und dritte Taste gleichzeitig. Sie befinden sich nun in der Einstellebene. zu erkennen an dem Werkzeugschlüssel in der linken oberen Ecke. Drücken Sie bitte einmal die zweite Taste, um zum Menü Heizprogramme zu gelangen. Sie erkennen es anhand des Treppchens in der rechten unteren Ecke. Mit dem gleichzeitigen Drücken der zweiten und dritten Taste gelangen Sie in das Heizprogrammenü. Hier werden Ihnen verschiedene Menüoptionen angezeigt. In der rechten unteren Ecke erkennen Sie eine blinkende 1. Das ist die Nummer des Heizprogramms, in dem Sie sich gerade bewegen. Wir haben noch kein anderes Heizprogramm erstellt, darum bleiben wir in Heizprogramm 1. Sie können jedoch mit dem Pfeiltasten ein anderes Heizprogramm wählen. Drücken Sie nun die zweite Taste, um zum Temperaturprofil zu gelangen. Das ist die kleine Zahl vor der Uhrzeit. Sie können mit den Pfeiltasten eine Temperaturprofilnummer wählen. Ein Temperaturprofil besteht immer aus einer Temperatur und einer Zeit, ab dieser die Temperatur geregelt werden soll. Sie können in einem Programm bis zu 6 Temperaturprofile eingeben. Wir bleiben in unserem Beispiel bei Temperaturprofil 1, da wir noch kein weiteres eingegeben haben und 1 noch frei ist. Die zweite Taste hilft uns dabei, auf die nächste Menüoption zu wechseln, die Uhrzeit. Mit den Pfeiltasten legen wir die Startzeit von Temperaturprofil 1 fest, in unserem Fall 6.30 Uhr. Ein weiterer Druck auf die zweite Taste bringt uns zur Temperatur, die im Temperaturprofil ab 6.30 Uhr geregelt werden soll. Wir geben mit den Pfeiltasten in unserem Beispiel 23 Grad ein. Drücken Sie auf die zweite Taste, stehen wir wieder auf der Heizprogrammnummer. Diese lassen wir wieder auf 1, da wir in diesem Heizprogramm noch ein Temperaturprofil anlegen möchten, nämlich um 9 Uhr 21,5 Grad. Mit einem Druck auf die zweite Taste befinden Sie sich auf dem Temperaturprofil. Dieses ändern Sie mit den Pfeiltasten in 2. Die Werte von Temperaturprofil 2 stehen alle noch auf 0. Drücken Sie bitte die zweite Taste, um auf die Uhrzeit zu wechseln und mit den Pfeiltasten 9 Uhr einzugeben. Wählen Sie mit der zweiten Taste die Temperatur aus, die ab 9 Uhr geregelt werden soll. Dabei helfen Ihnen wie immer die Pfeiltasten. Sie haben nun ein Heizprogramm mit zwei Temperaturprofilen erstellt. Einmal wird ab 6.30 Uhr 23 Grad und ab 9 Uhr 21,5 Grad geregelt. Der ISTC arbeitet Ihre Temperaturprofile nach Uhrzeit, nicht nach Temperaturprofilnummer ab. Sie können also jederzeit noch beliebige Temperaturprofile hinzufügen. Wie Sie ein Programm verschiedenen Wochentagen zuordnen oder die Abwesenheitsfunktion nutzen, erfahren Sie in unseren weiteren Video-Tutorials. Drücken Sie nun die erste Taste, um zur Einstellebene zu gelangen. Ein weiteres Mal für die Ansichtsebene und noch einmal, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffen wir konnten Ihnen weiterhelfen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihren Sunny Heat Produkten.